Wir sind seit ca. halb 6 Uhr in der Früh da auf der Autobahn in Richtung Wien per Kilometer 163 am Elbisberger Berg bei einem schweren Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person unterwegs. Die folgende Lage, wie wir hergekommen sind, hat sich Tor gestellt. Der Mercedes Sprinter hat es auf Seiten geschmissen, nach einem Reifenplatzer vermutlich. Der Mercedes Sprinter hat einen Anhänger noch angehängt gehabt, der Anhänger mit einem PKW drauf. Der ist ca. 100 Meter selbstständig an der Umfallspiel weitergerannt und hat sich dann in der Leitplanken selber einbremst. Das Problem war, indem der Mercedes Sprinter den Wasser auf Seiten gelegt hat, dass mehrere Personen drin waren. Davon waren ein paar Schwerverletzte, der Fahrer dürfte leicht verletzter sein. Leider wurde auch eine Person unter dem Fahrzeug eingeklemmt und diese Person ist leider verstorben. Das war eine Person unter dem Fahrzeug eingeklemmt und die Fahrzeug eingeklemmt. Das war eine Person, die Sie haben seit 17 specifically amongst den Straßen vonやりuen standen. Das war eine Person, dier- und die Fahrzeug werden eingeklemmt und die Fahrzeug verletzter. Vielen Dank.